hey meine freunde und damit herzlich willkommen zurück mein name ist chris wir spielen der luigi's menschen 3 habe mich nämlich in der pyramide aufgehalten hatten welchen gedauert aber jetzt sind wir wieder raus glaube ich zumindest denn wir sind hier an der tür und da gehen wir jetzt mal hin oh gott jetzt habe ich gerade wieder sehr schön haben wir erst mal volles leben das ist gut die gotten spiel kriege über wunde bar bei den geistern tue ich mir sehr schwer echt jetzt so ist nur 20 das ist gut und auch nicht gut eigentlich ist bescheiden ich sag mal weil wir waren halt nicht weit weg hätten wir eigentlich haben können so die energie ist voll ich bin jetzt richtig ist der weg oh gott jetzt hänge ich wieder hier wie komme ich denn jetzt durch der spinnen story also ich komme ja gar nicht raus ich würde das feuer irgendwie mitnehmen aber steht ungünstigerweise mitten in der ecke kann ich das mitnehmen okay dann halt so hui war schon wieder fast peinlich hallo meine liebe okay sie möchte uns nach draußen was bist du keine ahnung wir gucken das haben wir schon mal gemacht sehr schön ich weiß gar nicht geldtechnisch ob das gut schlecht oder ach bisschen hätten wir gehen können beim letzten mal gut weiß bescheuert okay So, da ist ein Herz, das hole ich mal. Oh, ich habe die Köpfchen. Die müssen natürlich ein Stückchen weiter weg. Kriege ich das? Nein. Gefühlt passiert da nichts, da muss ich glaube ich näher ran. Okay, sowas gut. Ah, das wird ewig dauern. Oh, das war zu früh. Nein, war genau richtig. Komm her du. Es ist sie weg. Also nicht weg. Kommt bestimmt gleich wieder. Ja, da höchst du schon. Oh, das war zu früh. Jetzt brauchen wir echt wieder heil. Jetzt brauchen wir echt wieder heil. So, jetzt kommen wir aber rein. Wow, schön. Ich hätte mal ein paar Herzen verlieren können. Ich muss das Ganze vielleicht mal von der Seite machen oder von einer Seite aus machen, damit wir das sehen. Besser. Oh. Ich glaube, sie will uns boxen. Oder wir sind High Five haben. Oh Gott, wo soll ich denn lang? Das war gut, schön. Herz haben wir auch gefunden. Bin schon wieder ein bisschen beruhigter. Kann ich das irgendwie weg machen? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja nicht, aber manchmal habe ich auch wenig Skill. Herz verlieren bitte. Oh nein, das ist auch zu früh. Auch zu früh. Jetzt wird es echt eng. Das sehe ich auf dem Mund und Herz. Leider nicht. Ah, das ist ja doof. 19. Oh, die Musik macht einen fertig. Verliert ein Herz. Jetzt wird es echt knapp. Oh, jetzt guckt sie böse. Jetzt kommt wieder eine Faust und ich weiß nicht, was ich machen kann. Okay. Noch eine zweite Faust? Oh, doof. Ich sterbe. Oh, das war gut. Oh. Jetzt schwitze ich aber. Hier guckt grimmlig. Grimmlig. Gib mal das Gesicht, ja. Ah, darauf hätte ich auch mal eher kommen können. Du dummes Ding. Okay, reicht es jetzt von Gesicht her? Nein, ich denke eher nicht. Oh, Gottes Willen. Ich gehe mal ein Stückchen weg, dass mich die Schlangen nicht so nerven. Oh Gott, da ist Willen. Du machst mich fertig. Okay. Okay, jetzt muss ich ein Stückchen weggehen. Komm her, du. Und weg mit dir. Was für eine Drama Queen liebt sie sich hin. Oh. Ich bin begeistert. Ich freue mich. Riesig. Komm in die Herzen. Genau, das eine und andere Mal. Timing war schlecht. Wäre das besser gewesen, wäre es nicht ganz so spannend geworden. Aber so, ich kann damit leben. Schön. Gehen wir weiter. Oder zurück zum Fahrstuhl. Wir sind ja fertig hier an der Stelle. Und ja, können wieder zur nächsten Etage. Aufbrechen. Bum, 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 bum. Okay, nichts drin. Nein, Gift. Oh, cool. Ausgerechnet. Das war toll. Sehr schön, mein Freund. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Das nächste Mal drücke ich auf X. und das Ganze geht weiter und wir treffen uns dann oder begeben uns dann auf den Weg zur nächsten Etage und ich bin gespannt, was uns da erwartet. Vielen lieben Dank und ja, nicht vergessen, das Ganze zu kommentieren, abonnieren, ganz ein paar Däumchen zu unterlassen und das nächste Mal einschalten. Vielen lieben Dank. Euer Chris. Bye. Bye. Bye.